Hier kommt ein Plateau hin, ein Plateau, dann ist hier Ruhe, so, dann mache ich so, geht es dann hier rüber, machen wir eine schöne Treppe, gut eingehe ich, nein, ich hasse Gravel. Nein, das war zu viel, fuck, egal, 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 müssen wir halt irgendwann mal mit Cleanstone ausbessern, die ganze Kage, aber was hilft, mal probieren, ob das, so, haut man natürlich nicht so hin, wie es hinhauen sollte, so, da kommt eine Fackel hin, so, Dann hauen wir hier mal noch zwei in die Tiefe, um die schöne Treppe auszubauen, nö. Und dann kriegen wir Kobelestone, um hier wieder schön alle zu machen, so, nein, ich bin so dumm, ich bin so dumm, so, stellen wir hier auch noch, nö. Ich wollte es zwar oben rauf stellen, aber so funktioniert es natürlich auch, so. Ne, das ist, oder? Das ist so doof. Muss ich hier erst noch einen rein, so. Dann passt es auch wieder von der Deckenhöhe. So, wird jetzt ein bisschen langweiliger, aber... Ne, ich will jetzt nicht schon wieder den Spruch sagen, weil den sage ich eh an der Wand. Na, nö. Und ich soll's labern sowieso aufhören, weil ich hier so... Unkonzentriert werde jedes Mal. Und irgendein Scheiß baue. Und das ist blöde. Verfluchte Axt, wieso ruck hältst du? Ich hab alles im Hintergrund beendet. Alles. Ich bin der Meinung, dass... Jedes Mal, wenn ein Update kommt... Von Minecraft... Dass es noch ein Stück schlechter läuft. Habe ich immer nur so die Vermutung, ob's so ist, kann ich nicht... Sagen. Äh... Aus. Sichtweite normal. Schnell Licht... Weiches Licht aus. Vielleicht... Bringt das wat. So. So, Schnitzel reingehauen. So. Auf den ganzen Ärger. Vielleicht ist es wirklich das dynamische Licht, weil es eigentlich... schon, glaube ich, einen Haufen Ressourcen frisst. Und... Ja. Tut er keinen Abbruch. Zumindest verstehe ich jetzt die... Die... Dinge. Die... Wie soll ich sagen? Äh... Die Grafikeinstellungen. Da, ja, jetzt. Oh, es wird dunkel. So, Erde. Erde, Erde. Erde. So, mach ich hier mal mit Erde kurz zu. Nicht, dass wir wat von hinten kommt. Von hinten. So. So. Wird ja schön. Und hier mache ich jetzt erstmal mit Kobelet zu. Wie gehabt. So. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun und zehn noch. So. Wo ist meine Spitzhacke? Danke. Die packe ich auch gleich mal hier rein, weil... Die gleich Fujikato ist. Und wie aufs Stichwort... Zerlegt sich meine Spitzhacke. Ich glaube, ich komme nach oben. Ich bin gleich durch. Ist ja jetzt auch blöd... Dass ich in der Plateau-Ebene rauskomme. Ich habe jetzt Angst, dass ich hier... Aufgrabe. Und dann fällt mir hier wat auf die Mütze. Okay. Licht ins Dunkel bringen. Da ist wieder Stein. Was soll die Kage? Hätte ich doch noch eine Plattform machen können. Na, scheiße. Ja, können wir auch noch reparieren. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Hier kommt dann die Plattform. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Wartet mal. Ich finde es gerade echt zum Kotzen, dass ich hier an da und hin und her renne. Aber wat soll's. Eins. Zwo. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Okay. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Hier kommt die Plattform hin. So. Dann muss ich hier irgendwie den Scheiß wieder zumachen. Packe ich mir mal die Erde. Drei. Pupp. Kommst du her. So. Pupp. Hier kann ich auch noch die Erde reinklatschen. So. 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 Dann habe ich. Vieretief gemacht. Ich hoffe ich habe den Platz. Eins. Zwo. Drei. Ne. Habe ich nicht so wie es aussieht. Sehr interessant. Ja. Scheiß drauf. Machen wir uns hier einfach ein neues Mäuerchen. Äh. Hallo. Ja. Intelligenzbolzen lässt grüßen. Jetzt laufe ich lieber mal in Sicherheit hier. Und lege mich schlafen. So. Hingelegt. Oh. Scheiße hier. Fall ich vom Ding runter. Was soll die KG? Burn. Zombie. Burn. Jetzt kommt sicherlich gleich irgendwo was angeschissen. Juhu. Erfahrungspunkte. Immer her damit. Immer schön zu sehen. Man sollte halt nicht aus dem Inventar raus irgendwie was machen. Ich dachte ich bin weit genug im Berg reingegangen. Blöd. Aber so kann man sich irren. So. So. Mach ich hier mal dicht. So. So. Da auch noch. So. 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 Sieht zwar jetzt für das erste komisch aus. Aber das können wir ja alles noch reparieren. So. Hier muss die Deckenhöhe noch repariert werden. Dann habe ich hier so einen Abstand drin lassen. So. Eins. Ach ja. Zwei. Drei. Ja mit den Zählen habe ich es heute nicht. Man sehe es mir nach. So. 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 Und so. Und so. Und haben wir hier verschlossen. Ist sie gut. Jetzt werde ich gleich irgendwo oben rauskommen. Hier so. so und so und so und so und so und so und so. Ne. Hier so. So gehört sich das. Ich habe hier glaube ich die Decke zu hoch gemacht. Muss ich nochmal kurz nach unten gehen und gucken. Eins. Zwei. Zwei. Ja. Also mal wohl eins zu hoch. Ne. Deswegen gehe ich hier und klatsche die Erde rein. Weil Erde werden wir ja nicht so viel brauchen. So. Dann bin ich hier ein reingegangen. Straight. Und dann. Hier ein hoch. So. Ich habe hier weiter gebuddelt. Ich wollte gerade was anfangen zu sagen. Und dann passiert hier schon wieder die Scheiße. Das ist echt schlimm mit mir heute. Und das ist ja. Geht ja auf keine Kuhhaut. Weil der jetzt lustig gewesen, wenn, wenn eine Kuhgemut hätte. So. Mh. Genau. Auf keine Kuhhaut. Mh. Mh. Aber ich glaube da oben ist keine Kuhhaut. Aber wenn ich oben bin, dann ist zumindest so ein Esel oben. Einer der wie bei Minecraft von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Mh. 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 Das darf ich auch mal hier wieder nach oben buddellen. Mh. Okay um den. Au. Ich sehe Wiese. Also so weit müssen wir wohl nicht mehr hoch. So. Schaufel. Ja. Ich sehe das Licht. so sieht ja schon mal schick aus jetzt sind wir hier oben wunderschön ich habe hier schon wieder einen umschalter fixiert das passiert mir gerne mal so und dann ebne ich mir mal ein bisschen die fläche was ich hier so bauen kann und so vom hier so ein kleines türmchen rauf aber jetzt wird mir gleich der platz irgendwo ausgehen im inventar ich kenne ja mein glück also ich sage hier nur tatsachen und mittlerweile gute berichte weil ich weiß was mir immer passiert hier könnte man einen auf assassin's creed machen so geronimo ne doch nicht da ist kohle ein schöner ausblick muss ich da mal wieder auf vorstellen wenn es mal ist aber mein inventar doch nicht so voll wie ich dachte also da geht noch was so gut dass wir so viel schaufeln haben dann schaufel ich mal hier wieder das ganze erdreich weg so 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 was könnte ich denn labern wenn ich hier schon wieder abbaue hier habe ich ein turm vor das ist schon mal sicher so sicher wie das amen in der kirche so ein kleiner wachturm da hinten glaube ich am eck kommt noch einer hin und dann alles schön mit mit mauern verbunden so 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 hier mal noch ein bisschen mehr platz zum bauen machen wir hier eine konkrete erdaufschüttung so 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 taxon so dürfte eh bald reichen von der fläche her ich will sie ja jetzt nicht so zu überdimensionieren mache ich hier alles voll erde haben wir ja genug